Das ist dein Privatgrundstück und das ist auch dein Haus. Ich werde auf der Stelle eine Streife verständigen. Du brauchst ja nicht so eine Scheiße. Haben die angerufen? Noch nicht. Matt, ich habe mit Avery auf den Caymans gesprochen. Er braucht Informationen aus den Kämmerpapieren. Und zwar noch vor 10. Ich hole sie mir schnell aus seinem Computer. Was ist denn mit euch Pfeifen los? In dem Ding ist kein Papier mehr drin. Ist Mac Deere schon da? Checken Sie jedes verdammte Stockwerk und finden Sie ihn. Dieses Drecksschwein hat sich kaufen lassen. Netizen, Earlywine, Hemphill. Hemphill? Moment mal, so heißt Lomex Sekretär. Direktor Deiner hat es dran vom Wrightsville Gefängnis. Wayne, hier gibt es ein Problem. Ich verhöre hier gerade einen Wächter, der ein nicht genehmigtes Fax an eine Kanzlei in Memphis geschickt hat. Ich glaube, es betrifft hier einen Gefangenen. Nein, 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 nein. Nein, erste Zeit nicht hier, euer Ehren. Ich sehe nach, ob er im Haus ist. Danke, Madge. Keine Ursache. Madge, wir hatten Sie schon im ganzen Haus gesucht. Könnten Sie einen Moment reinkommen? Ja, er ist hier in einer. Stellen Sie ihn doch durch. Mr. McDeer? Ein Richter Terence für Sie. Einen Moment bitte. Hallo? Hauen Sie ab! Die wissen Bescheid! Hauen Sie ab! Hallo? Haben Sie das verstanden? Hauen Sie dort ab und kommen Sie sofort hierher! Können Sie das? Ich... ich verstehe. Kommen Sie. Er wird nicht weit kommen. Schrody, los zum Vordereingang! Oh, ich bitte Sie! Mitch! Was kann ich für Sie tun? Setzen Sie sich doch! Los, Rudi! Er läuft die Gasse rauf in östliche Richtung!